So, wieder zurück bei GTA und wir müssen ja zu, äh, Davy zur Nachbesprechung. Ins Korts oder wahrscheinlich für Michael eher Kotzgebäude. Aber naja. Ich nehme mal an, wir müssen hier hintenrum wieder und da wieder am Geländer da mit dem dann reden. Ein kleines bisschen Ausdauertraining noch für ihn hier mitmachen. Wo steht denn der Typ jetzt? Mann, viel zu groß das Gebäude. Da hinten vielleicht. Ja, hier wahrscheinlich runter und dann... Ne, warte mal, der Typ ist da oben irgendwo. Kommt man da rüber? Ich mein... Kann man da rüber klettern? Na super, das heißt, ich bin falsch gelaufen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Mann, dann hätte ich ja eigentlich die Treppe nehmen können, aber so natürlich nicht. Jetzt muss der Typ auch am Arsch der Welt stehen. Kann er nicht einfach irgendwo sein, wo ich bin? Ja, das ist auf jeden Fall über uns. Also nehme ich mal Schwern, wir müssen die Treppe nehmen, hoffentlich. Sehen wir ja gleich. Mann, die Karte wäre... oder das Gebäude wäre voll geil, so für Deathmatch. Hoffentlich gibt's das schon irgendwie. Wir sehen, Davy, das ist warum wir so großartige Freunde sind, huh? Wir sind alte Schäuze, wir sind wie old-fashioneden Dinge. Neuspapers, celluloid. Wir sind Freunde, guter Leute, bad Leute. Wir sind Freunde? Ich weiß nicht, du sagst mir. Wir haben was du gesagt hast, richtig? Wir haben die Leute auf deine Seite. Jetzt werden wir so wie du gesagt hast, und ich verabschiede, richtig? Dinge werden nicht so gut funktionieren. Es ist ein bisschen ein Problem. Das ist richtig, Davy, du sagst das. Steve, ich habe gesagt, ich würde das machen. Oh, denn du hast alles so gut so weit, so weit, hast du? All right, ich verabschiede, dass es ein bisschen unorthodox ist, aber... Un---------? Du hast mir verabschiedet. Agent Sanchez, die beiden beiden arresten. Oh, Steve, bitte. Oh, whoa, du schade mich? Arresten mich für was? Für mehrere counts, für alle fucking crime unter der fucking Sun. Oh, dann lass mich rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect. Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him, not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activists. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me? You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Boys, the gun's down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Meriwether. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Oh, fuck. Bullshit. Michael, is coming out of here now, or what? No, not. Okay, then. Oh God, I haven't seen the point yet. Also, that cross here. I think that's all you've noticed right now. Okay, machen wir den Typ hier mal weg. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der etwas Ältere schon mit den leicht grauen Haaren. Der war nicht zufälligerweise bei GTA 4, der Typ. Da hatte man ja auch mit... Oh, fuck. Hätte nicht gedacht, dass der mich da trifft. Und das kommt vom vielen Labern. Aber da hatte man auch mit so einem Typ zu tun, aus irgendeinem... Hier... Regierungsgebäude Der kommt mir nämlich sehr, sehr bekannt vor Naja Kann mich aber auch irren Ist ja inzwischen auch wieder eine Weile her Boah, Alter So, jetzt muss ich erstmal die Typen hier loswerden Mehr kann ich gerade nicht sehen Oh, wo sind denn die Westlichen Hier sind ein paar der Pflanzen Ein bisschen im Weg So Boah, blöde Blöde Pflanzen, blödes Grünzeug Wie soll der denn noch arg weit kommen mit der Wunde Das ging ja voll ins Knie, ey Vor allem so schnell kann doch die andere Wunde, die er sich selber zugefügt hat Er hat's denn gar nicht, äh, verheilt sein, oder? Aber Wen haben wir denn da? Oh je Boah Geht doch, mein Gott Na Auf Trevor kann man sich doch verlassen Na Auf dich zu bewegen Oha Oha So Auf der anderen Seite sind noch welche Ich nehme mich jetzt mal wieder Trevor. Ich sollte erstmal reinzoomen. Ah, was? Was ist mit Michael los? Hat der Probleme irgendwo? Wird angeschossen? Ist er tot? Oh man. Ach du kacke, ich denke mal. Ja, schon getan. Oh je, da unten kommen noch mehr Leute. Immer wieder Trevor schnell. Da haben wir schon mal einen. Der ist tot, okay. Das ist Michael. Auf die wo er schießt kann ich hier gerade nicht schießen selber. Dann helfe ich ihm mal. Da unten ist noch jemand. Irgendwo. Da kommen noch welche. Ja, jetzt können wir mal Richtung Hof. Natürlich. Boah blöder Baum im Weg. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Genau, hier ist nämlich jemand. Da hinten ist noch der letzte. Den hole ich mir auch noch. Wenn er sich zeigt. Wenn er sich traut. Wenn er sich traut. Wenn er sich traut. Sollte er sich aber ganz schön gut überlegen. Wenn er sich nicht traut, komme ich einfach zu ihm. Ah. Wunderbar. Hat doch perfekt geklappt. Noch mehr Meriwether? Okay. Ähm. Jetzt gib mir mal erstmal wieder meine Pistole. Dann muss ich wohl Trevor sein. Boah. Sniper Sicht. Da habe ich ein paar Ruckler. Na ja. Hey. Man. So hier. Also Trevor kann ich gar nicht mehr sein. Okay. Achso. Ich glaube ich sollte lieber Davey folgen. Oder Dave. Ich meine Michael nennt ihn ja immer Davey. Ja. Ja. Ich muss mich konzentrieren. Da sind Leute und ich kann nicht gleichzeitig auf dich hören und äh schießen. Tut mir leid. Multitasking ist da manchmal einfach nicht so meine Sache. Na. Komm. Ich habe einen Job und mein Job ist es dich zu töten. Ja. Das ist so mies. Die sind irgendwo hinter irgendwelchen Sachen. Kann ich nicht. Granaten werfen. Hm. In Online ging das mit G. Als Schnelltaste. Warum das jetzt nicht funktioniert hat weiß ich jetzt nicht genau. Aber der hatte eine blöde Position und das hat mich etwas genervt. Ja. 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 Sorry. Jetzt hast du viel Spaß im Jenseits. Okay dann mal sehen was Trevor noch zu besprechen hat. Wahrscheinlich ein ernstes wortchen. Aber dann muß dann vertragen die beiden sich doch bestimmt wieder. Er ist bestimmt nicht gekommen. Äh, und hat ihn gerettet, nur um ihn dann nur noch anzuscheißen. Ich denke mal, ich denke mal, wir werden das gleich selber herausfinden, was die jetzt gleich miteinander reden werden. Denn wir sind jetzt gleich angekommen. So, mal sehen. Ah, hier. Oh, das war Spaß. Was are you doing, Smokin', hm? No, 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 that's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me, huh? Vielleicht etwas zu tun mit einer anderen Freundschaft innappropriate? Ja, das war nicht genau für Dave's fault. Nein, nein, nein. Er ist nur ein Freund von einer Verbrechtung der Regierung verabschiedung, der versucht, um seine Karriere zu verabschiedern, mit einem unendlich verabschieden, und voll zu der fucking Brim mit blöden Lohren-Hood. Hör, Trevor. Ich habe meine... Ich habe meine... Ich habe meine meine... Ich habe meine meine... Ich habe meine meine... Ich habe meine meine meine... Ich habe meine 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 meine... Ich habe meine 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 meine... und eine unendlich verabschiede, der gewann zu sein... Ja, aber was die... Was soll sie nachher zurückkommen? Oh, du wirst, warum. Oh, nein, nein, nein. Eine letzte Beziehung. Ja. Und wenn es gut geht... Guess was! Ich werde keine kleine Böse in deine Gesichter! Aber... Wenn es gut geht... Das ist okay, auch. Weil dann... du und ich gehen zu hell. Und ich werde die ganze Zeit mit dir verabschieden, tormieren dich... Ich denke, es geht dann. Ja, ich denke, es geht. Call Lester, los geht's. Auf der Telefonnummer. Hey, das ist ich. Ich weiß, wie geht's. Es ist fantastisch. Ich bin ein altes Freund. Oh, wir sind alle Freunde jetzt. Ich denke, die Gruppe hugst aus der Frage? Er will, uh, weitergehen zur Final Victory Tour. Okay, wenn es so geht's, ich contacte dich. Und erinnere dich, Herr Präsident. Wenn wir das ausziehen, werden wir Geschichte machen. Sordid, nasty, depraved, Geschichte. Aber Geschichte, trotzdem. Da, bist du glücklich? Ich bin glücklich. Nicht vergessen, Amigo. Ich behalte mich auf dich. Naja, ich mein, äh... Sie wollten das ja noch, ähm, durchziehen. Das große Ding. Oha! Da hinten ist sogar nochmal eine, äh... Psychologiestunde mit dem einen komischen Typ da aufgetaubt. Ähm... Wie weit ist das denn weg? Ja, das ist ja direkt da. Ich würd sagen... Warum denn nicht? Äh, fahren wir da noch hin. So, dann mal sehen. Ich mein... Oh mein Gott. Das Spiel ruckelt hier auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Was ist denn los, ey? Ist nicht so, wie als hätte ich irgendwas geändert, aber irgendwie scheint es von Tag zu Tag schlechter zu laufen. Ich muss ja auch eine kleine Abkürzung genommen. Oh man, der Reifen dreht sich nicht mehr egal. Der, äh... Der Psychologe hat ja auch ein schickes Auto. Das nehmen wir uns danach einfach. Was ist nicht der Schick? Ja, das war. Aber das ist der Schick... Das ist der Schick. Für mich verletz, das ist der Schicksal ganz gut. Für mich? Der Schick? Ich weiß, warum ich jetzt kam. Hm... Was du willst, Michael? Ich weiß nicht. Ich weiß... Ich, dass du... Ich wollte... Ich wollte etwas, das ist das nicht das. You know, this caring about two things at once. I mean, I want to be a good dad, love my family, you know, live the dream. But at the same time, I really want the other stuff, too. I suppose you haven't really considered the fact that by neglecting your therapy, you've guaranteed these behavioral relapses. No, I hadn't considered that. So, pal, what's the source of conflict this time? Things are kind of on the uptick, Doc. There's no greater concern than optimism. Where are we now? Today's getting hard to keep track of who wants to kill me at any given moment. Trevor still wants to eat my liver, but we're playing nice because we're working a job together. The FIB, they want me dead because I'm no longer useful to them. Investor guy who hooked me up with the studio, he's pissed off because I didn't burn it down for him. But the wife and kids are back under the roof. So, maybe things are okay. Mm-hmm. Well, family is important, Michael. But make sure you want them there for the right reasons. Any other acting out, friend? Tell me. Things have really been up and down, Doc. I mean, one minute I'm fine. The next, the fucking red mist descents. I can't seem to help myself. These are the classic symptoms of your condition, Michael. You're very ill. Um, no, fuck you. It was a fuck-up, Doc. I'm still a good guy underneath. Hmm. Anything else? Anything sexual? I'm doing well, Doc. In that regard. Nothing to report. Not one single thing. That's great, Michael. It's a real progress. See? Treatment works when you try. So, I feel like there's progress in some areas and, you know, none in others. That's incredible stuff. I don't think I've ever heard such a barrage of denial, self-justification, and outright horror. The thing is, Michael, here, can we just get a quick photo together? Cheese. What is this? I really think I can't treat you anymore. The fact is, I'm in love with you. The fuck you talking about, Doc? Okay, well, that's not true. Good. You're learning. Good. What's going on? Nothing. It's just... I think you need a new therapist. And I'm leaving town. I've got a TV show. I'm gonna be famous. I'm gonna be famous. Think of the fucking tale. All those fucking bitches who called me pubehead. Oh, they'll be lining up to suck it now. You got a TV show. You. Best not to think too closely about what I just said. It's not like I'll be using real names or anything. I'm really discreet. Bye now. Fuck. You wanted me to listen to your problems? Now the whole country will listen to your problems. Okay, we're going to bring him up. I'm going to take a shot. 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 Now, that's how you work through an issue. Yeah. Oh, ich glaube, das wollten viele schon von Anfang an machen, nachdem sie das erste Mal mit dem geredet haben. Okay. Nee, ich nehme das andere. Aber naja, okay. Das war's dann für diesen Part. Und man sieht sich dann beim nächsten wieder. Bis dann. Ciao.